Nicht einmal eine Zigarre kann man heutzutage anzünden, ohne an Feuersbrunst zu denken. Horscht, freundlich Gesinnte, dem freundlichen Bürger, der uns ja schließlich bezahlt. Trefflich Gerüstete, wandeln wir um euer Haus. Guten Abend, Herr Wiedermann, brauchen keine Angst haben, ich bin kein Hausieger. Kommen Sie, aber unter einer Bedingung. Kein Lärm. Zum letzten Mal er ist kein Brandstifter. Woher weißt du das? Ich hab ihn ja selbst gefragt. Was ist in diesem Fässer? Wo hängen Sie sie? Geht er mich? Also, meine Herren, ich rieche nichts. So schon gewohnt ist der böse Geruch. Ich zweifle, ob Gott nicht immer recht hat. Das hat er nämlich schon einmal gesagt. Natürlich sind's verloren, Kind. Aber wenn ich sie zu meinen Feinden mache, Babette, dann ist unser Haarwasser hin. Seit wann genau wissen Sie, dass es Brandstifter sind? Es kommt eben nicht so, wie Sie denken. Sondern langsam. Und plötzlich. Verdacht. Das hatte ich sofort. Verdacht hat man immer. Aber Hand aufs Herz. Was hätten Sie denn getan? Herrgott noch mal. An meiner Stelle. Und wann? Ich muss ihn ein.